Heute geht es mal kurz um Antioxidantien. Haben sie wirklich einen positiven Effekt auf die Entzündungsparameter, was ja die Ursachen teilweise sind für jede Menge Krankheiten? Das schauen wir uns heute mal hier an, in dieser kleinen Studie, wo das untersucht wurde. Also bisherige Studien, die sich vor allen Dingen isolierte Antioxidantien wie Vitamin C, Quertenzin, Risveratol, Grün-Tee-Extrakt und was man da draußen so alles kennt, eben auch OPC und solche Dinge, angeschaut haben, haben eben gezeigt, dass da nicht wirklich viel dran ist. Also viele funktionieren eben nicht. Was man schon gesehen hat, ist, dass wenn man sich mit ganzheitlichen Nahrungsmitteln ernährt, die entsprechend auch Antioxidantien enthalten, wie zum Beispiel Gemüse oder eben Nüsse, hat man eben gesehen, dass hier der antientzündliche Effekt dann deutlich besser ist. Das bedeutet, liegt es jetzt an den Stoffen selber, an den Antioxidantien oder liegt es vielleicht daran, dass die Leute, die solche Nahrungsmittel gegessen haben, schlechte Nahrungsmittel einfach aus ihrer Ernährung rauslassen und dadurch positivere Effekte haben. Also hier wollte man das Ganze eben kombiniert schauen, was passiert, wenn man das isoliert macht und was passiert, wenn man das in der Nahrung macht. Insgesamt haben wir hier 88 Leute genommen, die zumindest einen Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen haben. Bedeutet, die hatten dann entweder einen höheren BMI, hatten Bluthochdruck oder solche Dinge. Aber man hat eben ganz kranke Leute rausgelassen, weil man eben nur gucken wollte, okay, die haben wahrscheinlich so einen antioxidativen Stress, haben entzündliche Parameter, sind aber jetzt nicht so krank, dass dort noch viele andere Sachen völlig im Argen sind, damit natürlich auch das Zeug etwas nützt als Vorbeuge für eben schlimmere Krankheiten. Man hat natürlich hier auch entsprechende Werte genommen, Blutdruck und so weiter und so fort und hat das Ganze nach vier und acht Wochen dann eben verglichen mit Baseline. Das Ganze war auch randomisiert. Jetzt nochmal eine interessante Sache am Rande, warum diese ganzen OPC-Studien und so weiter, warum ich das öfters mal mit dem Blutdruck erwähnt hatte, das wird hier auch wieder deutlich, denn hier wurde es ordentlich gemacht. Hier wurde der Blutdruck dreimal gemessen, nach einer fünfminütigen Ruhephase und dann immer mit zwei Minuten Pause dazwischen. Warum das Ganze? Warum macht das Ganze Sinn? Man hat die erste Messung auch fallen lassen, weil entsprechend die Leute reinkommen, der Blutdruck gemessen wird, sie am Anfang vielleicht ein bisschen aufgeregt sind und so weiter und so fort und wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Arzt kommst, sitzt du da nicht erstmal fünf Minuten beim Arzt und der misst dann erst den Blutdruck, sondern entsprechend nur einmal, wenn du reinkommst, bist vielleicht ein bisschen aufgeregt und das hat schon sehr großen Einfluss auf den Blutdruck. Also die Messung, wie sie hier gemacht worden ist, wäre deutlich geeigneter, um ordentliche Aussagen über den Blutdruck zu treffen. Bedeutet, drei Messungen machen, die erste verwerfen, schön Ruhe dazwischen und dann einen Durchschnitt aus den restlichen zwei Messungen machen. Also was hat man hier grundsätzlich gemacht? Man hatte drei Gruppen. Man hatte einmal eine Gruppe, die sich ganz normal ernährt hat, also die hatten keine besondere Ernährungsberatung bekommen, die haben auch ein Placebo bekommen. Also eine Gruppe als Kontrollgruppe, die sich ganz normal ernährt hat. Eine Gruppe, die hat sich normal ernährt und hat Supplemente bekommen. Damit konnte man gucken, ob entsprechend die Supplemente jetzt einen Mehrwert bieten gegenüber der schlechten, wahrscheinlich schlechten normalen Ernährung. Und wir haben eine Gruppe, die hat spezielle antioxidative Nahrungsmittel bekommen. Also die haben entsprechend ordentlich sich ernährt. Die wurden unterrichtet, dass sie sich mit viel Gemüse und so weiter ernähren sollen und haben ein Placebo dabei bekommen. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, ob die Supplemente selber eine Auswirkung haben oder die Antioxidantien eben in der Ernährung. Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du in der nächsten Abnehmgruppe dabei sein möchtest bei WhatsApp, dann schau einfach mal auf lowcarbsport.de vorbei. Unter Gruppenbetreuung findest du alle wichtigen Informationen dazu, in einer Gruppe mit sehr viel Motivation abzunehmen oder sportliche Ziele mit einer Low-Carb- oder ketogenen Ernährung zu erreichen. Generell kann man sagen, dass entweder Supplemente oder eben antioxidativ reiche Nahrungsmittel Vorteile hat, was den Blutparameter betrifft. Also die Carotoneide hier zum Beispiel haben sich erhöht und auch die anderen antioxidativen Stoffe haben sich entsprechend erhöht. Natürlich nicht in der Placebo-Gruppe hier, das ist klar. Aber bei den anderen hat sich gezeigt, dass sich hier doch etwas getan hat. Einige Vitamine da eher weniger, aber ansonsten generell kann man wahrscheinlich pauschal die Aussage treffen, dass entsprechend antioxidative Stoffe oder Vitamine sich natürlich erhöhen, wenn ich sie mehr zuführe. Interessant aber, dass es auf die Entzündungsparameter selber keinen Unterschied macht. Also nach acht Wochen wurde eben gezeigt, dass es hier keinen signifikanten Unterschied gab zwischen diesen drei Gruppen. Auch in der Diskussion wird dann eben nochmal gesagt, dass es keinen positiven Effekt auf den Blutdruck oder ähnliches hat. Das heißt, wenn euch Leute da draußen Antioxidantien verkaufen, OPC oder so, um den Blutdruck zu senken, ist das in der Hinsicht Quatsch. Dann wurde in den Studien oder so einfach schlecht gemessen, der Blutdruck und fertig. Also es ist nicht so, dass das auch auf die Entzündungsparameter irgendwelche positiven Auswirkungen hat, weil man kann sich vorstellen, wenn die grundlegende Ernährung halt schlecht ist oder das sonstige Umfeld, also der Stress im Alltag und solche Dinge und das eben den oxidativen Stress verursacht, Rauchen und solche Sachen, dann kannst du eben mit Supplementen oder eben ein bisschen mehr Gemüse in deiner Ernährung nicht wirklich sehr den großen Unterschied ausmachen. Auch in anderen Studien zeigt sich eigentlich immer wieder, dass selbst mit Vitamin C, Vitamin E, Q-Enzym Q10 und was weiß ich nicht, was ihr da draußen noch verkauft bekommt, auch bei Patienten mit einem kardiovaskulären Risiko, also Übergewicht, Bluthochdruck, keine signifikanten Unterschiede eben entsprechend gezeigt hat. Und das ist eben dann nicht die Lösung eurer Probleme, das muss man ganz einfach so sagen. Was bringt denn jetzt Vorteile? Hier wurde gesagt, dass es sehr interessant war, dass Studien, die an verschiedenen Nahrungsweisen quasi gezeigt haben, dass das eben einen Vorteil bringt auf eure entsprechenden Werte, dass ihr damit Entzündungen und so weiter zurückfahren könnt. Das heißt, hier an einer mediterranen Ernährung, die natürlich nicht aus McDonalds essen und so weiter besteht, das ist eben die Sache, die wahrscheinlich ursächlich dafür verantwortlich ist, dass ihr eben deutlich bessere Blutwerte habt. Heißt also, wenn ihr die verarbeiteten Lebensmittel eben rauslasst, dann habt ihr damit eben die gesundheitlichen Vorteile, aber nicht, wenn ihr die Nahrungsmittel esst und dann einfach PIN obendrauf schluckt. Das heißt, hier an die Nahrungsweise, 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 die Nahrungsweise Vielen Dank.